Die, die etwas verstören von Sachen. Ja. Das muss man gleich sagen. Wie haben wir es noch? Wenn ich aufhabe, bin ich einfach in der Bremse. Noch gleich warten bis ich gehe. Bist du schon gefahren, Laurin? Ja. Und wie ist der Trail? Gut. Ist es gut? Du machst es mehr früh als Skifahren. Ja. Oder gleich, es ist beides schön. Ja. W SOLA Wenn ich fertig bin, dann kommt das Boot ein ... Ja. Mir sind los. Das ist ein bisschen ein Trauerli. Trauerli ist gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.